Dantons Tod ist ein Drama in vier Akten von Georg Büchner. Es wurde von Mitte Januar bis Mitte Februar 1835 geschrieben. Im selben Jahr erschien eine von Karl Gutzko herausgegebene Fassung im Literaturblatt von Eduard Dullers Phönix, Frühlingszeitung für Deutschland und eine Buchfassung mit dem von Duller zur Beschwichtigung der Zensur erdachten Untertitel Dramatische Bilder aus. Frankreichs Schreckensherrschaft beim Phönix Verlag Johann David Sauerländers Das Stück ist damit das einzige von Büchners Dramen, das noch zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde, wenn auch in stark zensierter Fassung. Die Uraufführung fand erst am 5. Januar 1902 im Berliner Belle Alliance Theater als Produktion des Vereins Neue Freie Volksbühne statt, da das Stück lange Zeit als unspielbar galt. Außerdem gibt es eine von Gottfried von einem komponierte Opern Fassung. Historischer Hintergrund Den historischen Hintergrund des Stückes bildet die Französische Revolution, sodass zumindest eine grobe Übersicht über den Verlauf der Revolution und ein Verständnis der darin handelnden politischen Gruppierungen und der zwischen ihnen auftretenden Konflikte für das Verständnis des Dramas notwendig sind. Der eigentliche Handlungsrahmen des Dramas umfasst dabei nur eine kurze Zeitspanne vom 24. März bis zum 5. April 1794, mithin einen Höhepunkt der sogenannten Schreckensherrschaft, in welche die Revolution gemündet war. Wichtig zum Verständnis des Dramas ist der Konflikt zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen, die sich im Verlauf der Revolution immer mehr verfeindet hatten. In der Nationalversammlung hielten zunächst die eher gemäßigten Girondisten, auch Talpartei, genannt, die Mehrheit. Sie waren zur Kooperation mit dem König bereit. Eine andere Fraktion, die Jakobiner, auch Bergpartei, genannt, strebte eine weitaus radikalere Veränderung der Gesellschaft an und forderte die Einführung der Republik. Führer der Jakobiner waren vor allem Robespierre, Marat und Danton, wobei Letzterer, im Gegensatz zu Robespierre, der jakobinischen Sektion der Kortleis angehörte und zu deren führenden Köpfen auch Schaumette, Dessmelins und Eber zählten. Letzterer wiederum stand einer radikal linken Fraktion vor, die eine Abschaffung des Eigentums und der Religion forderten und damit weit über das Ziel der anderen Jakobiner hinausschossen. Trotz ihrer Überzahl konnten sich die girondistischen Abgeordneten nicht gegen die Jakobiner und die öffentliche Meinung durchsetzen. Sie konnten weder die Verhaftung des Königs noch das Einsetzen eines provisorischen Vollzugsrats zur Entmachtung der Versammlung verhindern und auch nicht die von Marat angetriebenen und von Danton als Justizminister geduldeten Septembermorde an über 1000 Gefangenen auffalten. Nach der am 21. Januar 1793 auf Veranlassung des Nationalkonvents vollzogenen Hinrichtung Ludwigs 16, war auf Antrag Dantons am 6. April der sogenannte Wohlfahrtsausschuss gebildet worden, der fortan die Exekutivgewalt im Staat ausübte. Ein Revolutions-Tribunal, das am 10. März 1793 eingerichtet worden war, übernahm die Gerichtsbarkeit insbesondere im Hinblick auf die politischen Vergehen der Beschuldigten. Freispruch oder Tod waren die einzigen Urteilsmöglichkeiten, die Gesamtzahl der während der Schreckensherrschaft hinrichteten wird auf 40.000 Menschen geschätzt. Im Frühjahr des Jahres 1793 kam es zu Aufständen der Girondisten in den Departements, die niedergeschlagen wurden und denen die Verhaftung und Hinrichtung von 32 führenden girondistischen Konventsmitgliedern folgte. Innere und äußere Bedrohungen verschärften die Lage der Republik, die zunächst als provisorisch gegründete Regierung aus Nationalkonvent und Wohlfahrtsausschuss blieb. Nach einer Weigerung des Konvents eine demokratische Verfassung zu verabschieden. An der Macht Im Juli 1793 wurde der Jakobiner Marat von Charlotte Cordell ermordet. Im selben Monat war Danton aus dem Wohlfahrtsausschuss abberufen worden. Andererseits waren Robespierre und später auch Colot der Beuys und Billaud Warenne in den Ausschuss gewählt worden. Wohlfahrtsausschuss und Nationalkonvent bekannten sich nun öffentlich zur Schreckensherrschaft. Die Welle von Hinrichtungen dauerte an. Im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre fiel der Verdacht auf mehrere Anhänger Dantons und auch auf ihn selbst. Im November 1793 forderten Danton und der Vjölkordlier die Zeitschrift Kamille des Millens ein Ende der Schreckensherrschaft, was Robespierre aber entschieden ablehnte. Stattdessen ließ Robespierre am 24. März 1794 Ebert und seine Anhänger festnehmen und exekutieren. Hier setzt nun die Handlung von Büchners Drama ein. Nachdem sowohl die gemäßigten Girondisten als auch die radikalen Hebertisten beseitigt sind, stehen nur noch die in der neuen politischen Landschaft als gemäßigter zu Betrachtenden Dantonisten mit ihrem Ruf nach einem Ende der Schreckensherrschaft Robespierre im Weg. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Gruppierungen innerhalb der Jakobiner kann auch durch eine Unterredung zwischen Danton und Robespierre am 19. März 1794 nicht mehr beseitigt werden. Mit der Zustimmung des Konvents lässt Robespierre in der Nacht vom 30. auf den 31. März Danton und seine Vertrauten verhaften und vor das Revolutions-Tribunal bringen. Am 5. April werden sie hingerichtet. Den weiteren Verlauf der Revolution zeigt Büchner nicht mehr. Der anschließende Sturz Robespierre und seine am 28. Juli 1794 erfolgte. Guillotinierung werden nur in Vorausahnungen Dantons angedeutet. In weiten Teilen des Dramas hält Büchner sich an historische Vorlagen und Quellen. Fast ein Sechstel des Textes besteht aus wörtlichen oder nur leicht veränderten historischen Zitaten, die allerdings durch die Montage in das Drama oft aus dem Kontext gerissen sind. Insgesamt ist es aber die selektive, kritische Adaption der Quellen und historischen Diskurselemente, die dem Text den Wirklichkeitsanspruch eines geschichtlichen Gemäldes und zugleich seinen Rang als Kontrafaktur der Historiografie verleiht. Auffälligste Abweichungen von den tatsächlichen historischen Gegebenheiten betreffen die Figuren der Juli und Lucille, deren Schicksale Büchner aus Gründen der Dramaturgie, insbesondere im Fall von Juli, radikal umschreibt. Die reale Gattin Dantons beging nicht etwa Selbstmord, sondern überlebte ihren Mann um Jahrzehnte, heiratete 1797 erneut und starb erst 1856. Literarische Epoche Büchners Werk ist dem vormetzten Jahren vor der Märzrevolution von 1848 so so rechnen. Das Ziel der politisch-liberal orientierten Dichter in dieser Zeit war es, die Literatur von einer wirklichkeitsabgewandten Schäinexistenz wieder zu einem wirksamen Organ des gesellschaftlichen Lebens zu machen, das vor allem der politischen und sozialen Erneuerung zu dienen habe. Sie waren Gegner der Romantik und politischen Restauration, sie kämpften gegen Konvention, Feudalismus und Absolutismus, traten ein für die Freiheit des Wortes, für die Emanzipation des Individuums, auch der Frauen und der Juden und für eine demokratische Verfassung. Sie schufen eine Tendenz- und Zeitdichtung, das heißt eine Dichtung, die sich mit den Problemen der damaligen Zeit auseinandersetzt und für liberale politische Ideen engagiert. Georg Büchner vertritt die Auffassung, dass der dramatische Dichter an die Realität gebunden ist. Seine Aufgabe ist es, der tatsächlichen Geschichte so nah wie möglich zu kommen und indem er sie ein zweites Mal erschafft, seine Leser in eine andere Zeit hinein zu versetzen. Dabei lässt sich Büchners Abneigung gegenüber den anderen Dichtern seiner Zeit beobachten, indem er sich dem Idealismus seiner Zeit kritisch entgegenstellt. Inhalt Erster Akt Im ersten Akt des Dramas werden drei Interessengruppen innerhalb der Revolution vorgestellt, deren Ziele und Visionen unterschiedlich, oft sogar gegenläufig sind. Die zwei Revolutionsführer Danton und Robespierre haben verschiedene Ansichten über den Fortgang der Revolution. Danton, der als neureicher und einflussreicher Bürger zu den Gewinnern der Revolution zählt, wird bereits in der ersten Szene als dekadenter Lebemann dargestellt, der seine Zeit mit Kartenspiel und in Bordellen verbringt. Die politischen Vorstellungen der Dantonisten aber sind liberal und tolerant. Sie fordern nicht nur ein Ende der Schreckensherrschaft, sondern auch einen liberalen Staat. Die Revolution muss aufhören und die Republik muss anfangen. In unseren Staatsgrundsätzen muss das Recht an die Stelle der Pflicht, das Wohlbefinden an, die der Tugend und die Notwehr an die der Strafe treten. Jeder muss sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können. Er mag nun vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein. Das geht den Staat nichts an. Allerdings wird schon in der darauffolgenden Szene klar, wie utopisch diese Forderungen sind. Der Leser oder Zuschauer wird Zeuge einer tragikomischen Szene, in der ein betrunkener Bürger in Wut und Verzweiflung beklagt, dass sich seine Tochter prostituieren muss, um ihre Familie ernähren zu können. Hier wird die Lage des einfachen Volkes deutlich, dass weit von der Selbstverwirklichung und dem Genussleben der dekadenten Dantonisten entfernt ist und wie eh und je Hunger leidet. In diese Szene tritt die dritte Partei in Form von Robespier auf, dem das Volk die bewundernden Beinamen, der Tugendhafte und der Unbestechliche, verleiht. Anders als die Dantonisten sieht er die Not des Volkes, ohne ihr aber abhelfen zu können, er propagiert die revolutionäre Tugend. Das heißt die völlige persönliche Uneigennützigkeit und Hingabe an die Sache der Revolution. Dementsprechend wird bereits in seiner ersten Rede ein beängstigender Fanatismus offenbar. Seine Antwort auf den Hunger des Volkes erschöpft sich im Aufruf zu mehr Gewalt und härteren Maßnahmen. Er will mit Hilfe der Blutherrschaft durch die Guillotine einen tugendhaften Staat errichten. Unvermeidlich scheint bereits jetzt eine Kollision zwischen den unvereinbaren Positionen der Anhänger Dantons und Robespiers. Hier stoßen nicht nur zwei Staatsentwürfe, sondern auch zwei revolutionäre Forderungen aufeinander. Wie viel Freiheit darf er der Gleichheit, wie viel Gleichheit der Freiheit geopfert werden? Nachdem Legendre vorlaut die Gegenrevolution beim Konvent verkündet, hält Robespier eine aufpeitschende Rede, durch die er den Nationalkonvent für eine Fortsetzung, da Verschärfung der Schreckensherrschaft gewinnt. Die Dantonisten fürchten um ihre Sicherheit. Danton willigt auf Bitten seiner Freunde in ein Treffen mit Robespier ein, das jedoch ergebnislos verläuft. Robespier aber, durch Danton moralisch aus der Fassung gebracht, beschließt daraufhin den Tod Dantons und seine Anhänger, indem er sich selbst von der Notwendigkeit dessen überzeugt, dass nur so die Revolution gerettet werden könne. 2. Akt Und seine Popularität der Glaube, dass der Konvent es nicht wagen würde, Maßnahmen gegen ihn und seine Fraktion zu treffen. Danton vertraut seiner Frau Juli seine Gewissensbisse wegen der von ihm als Justizminister untätig tolerierten Septembermorde an, die ihn aber von der Notwendigkeit seines Handelns zumindest oberflächlich überzeugen kann. Er verfällt erneut in einen Geschichtsfatalismus. Klar tritt in dieser Szene auch eine Parallele zu den Gewissenskonflikten Robespieres zutage. Nach Dantons Verhaftung durch Simon und Bürgersoldaten rechtfertigt Robespierer dessen Verhaftung. Diesmal ist es eine radikale Rede von St. Just, der rechten Hand Robespieres, die den Nationalkonvent mitreißt und ihn die Verhaftung Dantons billigen lässt. Der zweite Akt endet mit einer turbulenten Szene im Konvent, in der die Dantonisten auf ihre Verteidigung plädieren. Was jedoch von St. Just abgelehnt wird, der zusammen mit Robespierer vom Konvent enthusiastisch gefeiert wird. Zum Schluss stimmen die Abgeordneten gemeinsam die Marseillese an. Im zweiten Akt fließt auch die Kunstkritik Büchners mit in das Drama ein. In einem Dialog zwischen Camille Desmelins und Danton lässt er die Figuren bespötteln, dass die Leute die flachen, eindimensionalen und hochartifiziellen Theaterstücke bewundern, während sie die Realität, die meisterliche Schöpfung, in ihrer Komplexität verachten. Diese Sicht der Kunst ist durchaus programmatisch für Büchners schaffen, indem er immer wieder bemüht ist, die Welt in all ihrer Vielseitigkeit und all ihren Facetten, den Schönen wie den Unschönen, darzustellen. Dies zeigt sich unter anderem in der in den Dramen verwendeten Sprache, schon in Dantons Tod lässt er seine Figuren in einer damals als sexuell zu, anstößig und moralisch zu unanständig empfundenen Sprache sprechen, die Büchner jedoch als realistisch verteidigt. 3. Akt In scheinbarem Gegensatz dazu steht die erste Szene des dritten Aktes, die im Kerker des Palais Luxembourg spielt, wo die Gefangenen angesichts ihrer bevorstehenden Hinrichtung überleben, Tod und Unsterblichkeit philosophieren. Letztlich allerdings drehen sich ihre Gespräche nur im Kreise und karikieren so lediglich die Absurdität einiger damals gängiger Gottesbeweise. Danton wusste von der bevorstehenden Verhaftung, äußerte dies aber gegenüber seinen Anhängern nicht, weil er aufgrund seines nihilistisch geprägten Weltbildes eine gewisse Todessehnsucht hat. Fugier und Hermann beschließen, nur linientreue Geschworene einzusetzen, die Dantons Argumentation also nicht folgen werden. Danton wird dem Revolutions-Tribunal vorgeführt. Die Stimmung ist zunächst geteilt, doch Danton erinnert, rhetorisch geschickt, den Konvent und das anwesende Volk an seine revolutionären Verdienste und gewinnt so neue Sympathien. Weniger begeistert von Dantons neu aufblühendem Lebenswillen sind seine Anhänger, denen klar wird, dass ein leidenschaftlicherer Einsatz Dantons zu einem früheren Zeitpunkt sie wohl vor dem Gefängnis und damit unausweichlichen Tod bewahrt hätte. In Szene 7 jedoch beginnt er, an seinem nihilistischen Weltbild zu zweifeln, als er anfängt, für sein Leben doch stärker zu kämpfen, und widerspricht somit seinem Weltbild, dem Nihilismus und dem Fatalismus. Als Danton dann in einem letzten leidenschaftlichen Appell für mehr Wahrheit und Gerechtigkeit und gegen Robespier und sein blutiges Treiben plädiert, kippt die Stimmung zu Dantons Gunsten, so dass man, um seinen Einfluss nicht noch stärker werden zu lassen, die Sitzung kurzerhand auflöst. Die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses beraten sich über den Verlauf der Verhandlung. Durch die Denunziation eines Gefangenen wird Danton in Zusammenhang mit einem angeblichen Komplott gebracht, was Grund zur raschen Durchführung des Prozesses gibt, ohne Danton weiter anhören zu müssen. Nicht nur Robespiers Beretheit, sondern auch ein korruptes Tribunal besiegeln also schließlich das Schicksal der Dantonisten. Bezeichnenderweise fügt Büchner auch hier wieder eine Volksszene in die Handlung ein, die zeigt, wie schwankend die Gunst der Masse ist. Obwohl Dantons Reden viele überzeugen, spricht doch seine luxuriöse und dekadente Lebensweise eine andere Sprache, die sowohl zu der Armut des Volkes wie auch zu der bescheidenen und moralischen Lebensweise Robespiers in starkem Kontrast steht. So endet der dritte Akt mit Hochrufen auf Robespier und Forderungen nach der Hinrichtung Dantons. 4. Akt Danton und seine Anhänger werden zum Tode verurteilt. Danton und sein Freund Kamille Dessenl ins Tauschen Gedanken über Leben und Tod aus. Dantons Frau Juli vergiftet sich in ihrem Haus, da sie ihrem Mann ihre Verbundenheit über den Tod hinaus versprochen hat. Sie stirbt stellvertretend für ihren Gatten den mühelosen und sanften Tod. Es ist ein sogenannter Akt der Liebe, da diese über den Tod hinaus stark genug ist. Juli möchte ihren Mann in den Tod begleiten. Das Volk ist schaulustig und spöttisch, als die Verurteilten zum Schafort geführt werden. Als die durch die Stadt irrende Lucille Desmelins von der Hinrichtung ihres Mannes hört, bricht sie zur Guillotine auf dem Revolutionsplatz auf. Dort angekommen, fasst sie einen verzweifelten Entschluss. Um im Tode bei ihrem Mann zu verbleiben, ruft sie es lebe der König und spricht somit ihr eigenes Todesurteil. Eine herannahende Patrouille der Bürgerwehr nimmt sie fest. Gerade in diesem Akt weicht Büchner am deutlichsten von seinen Quellen ab. Anlehnungen an Shakespeare werden deutlich. Personenübersicht Georg Danton Georg Danton, der Protagonist des Dramas, wird als eine selbstsichere und von sich selbst überzeugte Persönlichkeit dargestellt. Diese Fassade erhält jedoch Risse, als der Leser von Dantons dunkler Vergangenheit erfährt, die vor allem von den September-Morden geprägt ist, für die Danton als damaliger Justizminister verantwortlich war. Während dieser wurden tausende von Gegnern der Republik, vor allem Aristokraten, exekutiert. Obwohl Danton aus rechtlicher Sicht keinerlei Schuld zu so rechnen ist, plagen ihn seit diesem Ereignis moralische Zweifel und Gewissensbisse, die sich hauptsächlich in Form von Albträumen äußern. Diese Einstellung erklärt auch sein plötzliches Umdenken in Bezug auf die Revolution, weshalb er als Anführer der Kontrarevolution die Terrorherrschaft bekämpfen und die Revolution in gemäßigte Bahnen lenken möchte. Zudem ist er ein in sich nicht geschlossener Charakter, da vor allem seine drei Weltbilder in sich widersprüchlich sind. Einerseits ist er überzeugter Vaterlist und damit der Meinung, dass das Schicksal den Menschen steuert und somit für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich ist, wie zum Beispiel das Handeln Dantons während der September-Morde. Andererseits findet er aber auch im Nihilismus einen Ausweg aus seiner Schuld, da sich diese, genauso wie alles andere auch, nach dem Tod im Nichts auflösen wird. Von dort weht auch seine oftmals im Drama erkennbare Todessehnsucht. Da er dadurch weder Hoffnung im Jenseits noch im Diesseits erwarten kann, flüchtet er sich in den Epikureismus dessen Ziel es ist, als Individuum sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Dieser Epikureismus ist auch Grund für Dantons zahlreiche Grisettenbesuche. Obwohl er seine Frau Julie aus tiefstem Herzen liebt, hält DC nicht davon ab, seine sexuellen Triebe mit anderen Frauen zu befriedigen. Er weiß in diesem Kontext jedoch körperliche und emotionale Liebe zu unterscheiden. Julie ist letztendlich der Grund für sein Umdenken, als er sich entscheidet, nicht sterben zu wollen, da er sie somit für immer verlassen müsste. Robespierre, er erkennt die Not des Volkes, wird vom Volk bewundert und als der Tugendhafte und Unbestechliche bezeichnet. Selbst handelt er jedoch nicht immer tugendhaft, was schon zu Anfang des Dramas in der Unterhaltung zwischen Robespierre und Dantons sichtbar wird. Robespierre wird vorgeworfen, dass er die Menschen nur töte, um von der bestehenden Not abzulenken. Er stellt sich selbst als Mann mit sozialem Gewissen dar und prangert gleichzeitig die Genusssucht Dantons an, um das Volk von sich und seinem Tugendstaat zu überzeugen. Andere Revolutionäre bezeichnen seine Politik als Terrorherrschaft, wohingegen er selbst den Schrecken als legitimes Mittel sieht, seine revolutionären Pläne zu verwirklichen. Legendre, Deputierter des Nationalkonvents Kamille Desmelins, Deputierter des Nationalkonvents, Rechtsanwalt, Journalist, ehemaliger Schulkamerad von Robespierre, nun bester Freund und Anhänger von Dantons. Lucille Desmelins, Frau des Kamille Desmelins, Volk Kamille bis in den Tod, opfert sich mit dem Satz, es lebe der König. Erosech Ellis, Deputierter des Nationalkonvents, Lacroix, Deputierter des Nationalkonvents, Philippeau, Deputierter des Nationalkonvents, Sankt, Just, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, bedeutendster Anhänger und exekutive Gewalt von Robespierre. Barre, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, Colot Derbeuys, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, Billaud Warennes, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, Juli, Dantons Gattin, vergiftet sich selbst um mit Dantons zu sterben und ihn in den Tod zu begleiten. Marion, Prostituierte, Paris Dantons Freund, Schaumette, Prokurator des Gemeinderats, Dillen, ein General. Fugiert hin will, öffentlicher Ankläger, Hermann, Präsident des Revolutions Tribunals, Dumas, Präsident des Revolutions Tribunals, Simon, Souffleur, Rosalie, Prostituierte, Adelaide, Prostituierte. Interpretation Am Beispiel der Jakobiner Diktatur der Jahre 1793-94 demonstriert Georg Büchner das Umschlagen ursprünglich freiheitlicher Ideale in zynische Mittel, einer Willkürherrschaft und stellt angesichts einer sich verselbstständigenden zerstörerischen Geschichtsdynamik die Handlungsmöglichkeiten des Subjekts in Frage. Er versucht mit seinem Stück, anhand der damals herrschenden Jakobiner Diktatur und der darauf folgenden Französischen Revolution auf die Missstände seiner Zeit in Deutschland, aufmerksam zu machen und das Volk zu einem Vorgehen gegen die derzeitige Monarchie zu bewegen. Bislang wurde seitens der Büchner Forschung der innere Zusammenhang von Eros und Gewalt, der in allen Werken Georg Büchners thematisiert wird, nicht systematisch beleuchtet. Darauf hat der Literaturwissenschaftler Reinhold Grimm erstmals 1979 in Text und Kritik Georg Büchner aufmerksam gemacht. Eine Weiterführung dieses Diskurses findet sich im Georg Büchner Jahrbuch 11. Rezeption Gottfried von einem schrieb eine Oper nach Dantons Tod, die 1947 zu den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Hörspiele, Lesungen, Aufführungsmitschnitte Dantons Tod Hörspiel mit Fritz Kortner, Elfriede Kusmani, Bruno Hübner, Peter Lühr, Marianne Kehlau, Otto Annett, Gertrud Kükelmann urauf. Bearbeitung Arnold Weißrütel Komposition Mark Lothar Regie Weiter um BR 1948 Als Podcast-Download im BR-Hörspiel-Pool Dantons Tod Dantons Tod Querschnitt durch die Aufführung des Volkstheaters Rostock Literar Random House Audio 2002. Helmut Grimm spricht Georg Büchner Tell der Eck Hamburg 1980 Dantons Tod DDR 1980 Komposition Rainer Bredemeier Regie Joachim Staritz Dantons Tod Hörspiel Preiser Records Fien 2003 Ausgaben Werke und Briefe Münchner Ausgabe HSG V Karl Pörnbacher Gerhard Schaub Hans Joachim Sim Edda Ziegler Achte Auflage Hansa München 2001 ISBN 3 4231 2374 5 S 67 bis 133 Punkt Schriften und Briefe Dokumente HG von Henry Poschmann Untermittab von Rosemarie Poschmann BD Erste Deutscher Klassiker Verlag Frankfurt am Main 1992 ISBN 3 618-600-900-9 S11-90 426-583 Sämtliche Werke und Schriften BD 3 in 4 Teilbänden Dentons Tod Marburger Ausgabe HG von Burkhard Detner und Thomas Michael Mayer Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2000 ISBN 3 534145208 Punkt Dantons Tod Ein Drama Punkt Reklem Stuttgart 2002 ISBN 978 3150060605 Dantons Tod Ein Schauspiel mit Materialien Ausgewählt von Hans-Ulrich Steiger Klett Stuttgart 2007 ISBN 978 312-3524356 Dantons Tod Ein Drama Hamburger Lesehefte Verlag Jusum 2008 M respuesta HB 6 Wie 8 9 10 9 9 10 11 00 9